Habt ihr gewusst, dass Kichererbsen gegen Heißhunger helfen? Die enthaltenen Proteine und Ballaststoffe verlangsamen eure Verdauung. Ihr seid länger satt und zufrieden. Außerdem helfen Proteine im Essen dabei, dass mehr appetitreduzierende Hormone produziert werden. Ihr seid darum besser gesättigt. Ich mache damit einen Easy Peasy Kichererbsensalat. Der ist unglaublich köstlich, muss nicht gekocht werden und probiert es aus als Low-Cup-Variante in Gurkenschäfchen. Schmeckt so lecker, knackig, erfrischend. Ein super Snack.